Salam alaikum wa ahloh wa sahla fikum, video jdeed, min Qiraat Hikmé bin Nudqas Sahih. Glücklichkeit liegt weder in der Schönheit noch im Reichtum, ebenfalls weder in der Kraft noch in der Gesundheit. Sie liegt in der vernünftigen Benutzung für all diese Dinge. Die Glücklichkeit liegt weder in der Schönheit noch im Reichtum, ebenfalls weder in der Kraft noch in der Gesundheit. Sie liegt in der vernünftigen Benutzung für all diese Dinge. Al-Mufradat Die Glücklichkeit, al-Sa'adi Die Schönheit, al-Jamal Die Benutzung, al-Istikdam, der Reichtum, al-Ghina Die Kraft, al-Kuwa Ebenfalls, kathalik al-Amr, die Gesundheit, al-Sa'ha Weder noch la-kada wa-la-kada Vernünftig, al-Ka'la-kada Fannünftig, al-Ka'la-kada شاركوني آراءكم وإستفساراتكم وإي اقتراح جديد عندكم شكرا للجميع والسلام عليكم